Patrick! Hey, ich hab Füße! Die Jungs sind ja mal richtig fit! Für uns eine Formel zum Mitnehmen! Räumen Sie das Gelände! Hier wird gleich jemand ins Achterdecke treten! Falsch tut, Trevor! Eiferte Taus, liebe Kunden! Hier bleiben! Bitte! Mr. Eismagnet, mach ihn fertig! Ähm, vielleicht hätten wir doch besser eine andere Superkraft raussuchen sollen.